Schoko Piper, wann kommt der Skin raus und wie sieht sie im Spiel aus? Schoko Piper sieht aus wie eine jüngere Version von Piper. Auf dem Kopf trägt sie eine Bruce-Bärenbrosche. Ihr Schirm ist ebenfalls von Bruce inspiriert. Am Griff und der Schirm selbst sind Bruce mit einem Mäschchen. Schaut mal, wie süss sie zwinkert. Ihr Schuss im Spiel scheint fast gleich auszusehen. Auch die Ulti ist leider etwas unspektakulär. Finde ich etwas schade. Wenn sie gewinnt, dann wirft sie den Schirm und sie zwinkert dir zu. Wenn sie verliert, dann ist natürlich der widerspenstige Schirm schuld. Enttäuscht sitzt sie dann auf dem Boden. Alles in allem ein sehr cooler Skin. Schoko Piper kommt voraussichtlich am 4. Dezember raus. Soll ich mir den gönnen? Gönnst du ihn dir?